Ich passe das Handy an die beste Freiborfererin in der ganzen Stadt. Ich gebe das Handy an unsere Elbeck Power, die unterm Korb bei ihrem Power Move gerne mal per Ellbogen verteilt. Ich gebe an jemanden weiter, der schon dreimal mit einem Dank einen Korb zerstört hat. Ich gebe das Handy an jemanden, der jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn du gegen ihn ein Brettspiel spielst, dir nur so viel erklären würde, dass du gerade so die Reden kennst. Er würde dir aber niemals im Leben so viel erklären, dass du irgendeine Chance hast, gegen ihn zu gewinnen. Ich reiche das Handy an den Spieler, der richtig gut Kartoffeln schneiden kann und der sich am ehesten zwei schnelle Faust einkassiert und dann sitzen muss. Ich gebe das Handy einer Person, die als Center mit ihren Ballhandlingskills so manchen Point Guard in den Schatten stellt. Ich gebe das Handy an jemanden mit heftigen Beinmuskeln und auf den das Zitat, stille Wasser sind tief, zutrifft. Ich gebe das Handy an den Spieler, der die verrücktesten Layups reinmacht, aber die offenen gerne mal nicht trifft. Ich gebe das Handy weiter an den, der jeden Tag Yoga macht. Ich gebe das Handy an den, der jeden Tag kann ich, wenn der Handy an den Radlauf ist.